Es war jetzt nach vorne gepusht, wir waren knapp dran, hat nichts sein sollen, trotzdem es geht weiter, aber mit dem ist man nächste Woche auslosen und den Verbleib in der Bandgruppe, wenn wir da zugelost bekommen, die heute Europa-Advitation ist und ist rausgekommen. Und dieses Spiel gibt es dann im September, ob daheim oder auswärts, wird, wie gesagt, ausgelost, gleich in der nächsten Woche, Anfang Februar. Bleibt es noch gerne bis hier bei uns, in der Salzburg Arena, bei uns noch ein bisschen auf Wetz, für die Region Gütterner, wo Gütterner Schluss ist, es war trotzdem zwei sehr, sehr schöne Tage. Danke an euch Fans, danke fürs Kommen und allen, die jetzt nach Hause fahren, eine gute und sicher eine Heimreise, und wir haben uns vielleicht im nächsten Tennis-Kampf-Heimspiel wieder, wir würden mich sehr, sehr freuen. Danke schön, noch ein paar. Etчтоlicio und lord deriv Williams für China. Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.